Ich probiere hier dieses Zwei-Boss-Prinzip. Ach, ne. Scheiß auf die Hütte, echt. Ich bin gleich tot, Leute. Ich bin gleich tot. Scheiße. Mensch, man sollte sich etwa hier sowas wie einen Blähmungsschuss zulegen können. Au. Mist. Ich hab schon zu viele, ja, Lebensauffüller verbraucht im Kampf gegen Verona. Mist. Hoffentlich muss ich jetzt nicht alles nochmal machen, ne. Alter. Gleich so... Alter. Zieh mir doch nicht gleich so viel Energie ab, du Pisser. Gib mir doch erstmal Zeit, dass ich mich finden kann, Junge. Was ist denn das denn hier für eine Scheiße, Mensch? Ich bin ein alter Mann. Ich brauch nur mal ein bisschen länger. Ich bin nun mal nicht so trainiert wie Fanelsing. Hat er mich jetzt erwischt oder hat er mich jetzt nicht erwischt? Ich darf mich anscheinend nicht zu weit entfernen von ihm. Hat er mich jetzt erwischt oder hat er mich jetzt nicht erwischt? Ich glaube, jetzt hat er mich einmal erwischt. Das tut mir jetzt gleich, wenn ich jetzt gerade ein bisschen stiller bin. Aber ich muss mich leider gegen Valkan extremst konzentrieren, weil es ist ein scheiß-starker Gegner. Leider. Man muss übrigens dazu sagen, im Film war er nicht so stark präsent wie hier. Also hier ist er wirklich extrem stark präsent. Oh, fuck. Das ist halt der Nachteil, wenn man sein Gegner nicht sehen kann, ne? So ist gut. Braver Rott. Schön in Reichweite bleiben. Nein! Ich war so kurz davor, dieser scheiß Vieh zu kriegen. Mann! Es ist doch nicht wahr. Ja, er trifft sofort wieder. War klar. Mann, Wehrwürfe sind so übertrieben stark gewertet. Es ist zum Kotzen, Mann. Echt. Vor allem, ich habe aus allen Rohren auf ihn geballert. Es hat rein gar nichts. Beweg dich doch, Mann. Alter. Ja, wie war das mit ruhig bleiben? Ich kann nicht ruhig bleiben. Es geht einfach nicht. Dann muss ich die Konsole ausmachen und auslassen. Ich bin nun mal ein Spieler, der sich aufregt. Mann, das gehört nun mal zu meiner Person dazu. Wer damit nicht umgehen kann, der hat nun mal Pech gehabt. Das ist leider so. Ganz einfach. Das ist so scheiße, dass man keine Warnung kriegt. Achtung, Sturmangriff. Nein, gar nichts. Es ist zum Kotzen, ey. Echt. Mann. Ja, genau das meine ich. Genau die Scheiße. Jedes Mal so ein scheiß Sturmangriff. Es nervt. Mann. Das war klar. Es war so klar. Ich wusste, dass ich sterbe. Ich glaube, ich sollte mal eine andere Waffe probieren. In der Hoffnung, dass sie wirksamer ist gegen ihn. Ja. So viel zum Thema Wirksamkeit bringt überhaupt nichts. Alter, Wehrwölfe, ey. Übertrieben overpowered. Echt. Mag sein, dass Wehrwölfe stärker sind, aber trotzdem müssen nicht übertrieben stark sein. Zum Glück ist es nicht so ein Spiel, dass einem sagt, wenn einem der Schwierigkeitsgrad so hoch ist. Ach, hättest du mal auf Leichte gestellt. Das hatte der Frank des Öfteren mal in seinem Livestream. Da hat er auf Scuritas, glaube ich, gespielt. Und die Protagonistin, wenn die öfter stirbt, dann sagt sie das nämlich. Ach, hättest du mal auf Leichte gestellt. Ach, ich glaube, die Schrubflinte bringt gegen ihn aber echt mehr. Au. Ich glaube, die Schrubflinte bringt echt mehr. Ja, dein Sturmangriff. Belkan. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Sie haben mich von meinen Leiden erlöst. Dieser Pfad führt sie zum Buckligen. Sie müssen ihn finden. Sie müssen zur Burg Dracula gehen. Moment. Da ist noch etwas. Wir haben ihn zwar erledigt, aber er hat uns trotzdem gebissen. Toll. Jetzt werden wir selber ein Wehrwolf. Wie schön. Wir leiden jetzt an der Lykantropie. Das ist nämlich die Krankheit. So nennt sich die Krankheit für den Wehrwolf. Nicht vergessen. Igor der Bucklige besitzt den Schlüssel zu Draculasburg. Beseitigen Sie ihn. Dann gehört der Schlüssel Ihnen. Mission 10. Man könnte auch anders sagen, die viertletzte Mission. Wir gehen langsam aufs... Ich sehe hier wieder rein. Gar nichts. Ah doch, hier sehe ich ein bisschen mehr. Oh, was ist das? Krummsilbel Munitions-Upgrade gefunden. Krummsilbel damit, was? Das heißt, ich kann die jetzt aufladen, ja? Ja, ich kann die jetzt aufladen, okay. Krummsilbel Munitions-Upgrade. So, hä? Das ist ja keine Nahkampfwaffe. Das ist ja keine Fernwaggenkampfwaffe. Das ist ja eine Nahkampfwaffe. Das war irgendwie klar. Ja, dieses Spiel ist nicht einfach, muss man wirklich sagen. Es ist wirklich nicht einfach. Oh, Alter. Aber ich glaube, jetzt haben wir Valkan endgültig erledigt. Ich müsste auch, glaube ich, mal wieder den Film gucken. Habe ich so lange schon nicht mehr geguckt. Über Graf Dracula. Also Van Helsing von 2004. Mit Kate Beckett-Sale und eben halt Duke Jackman. Ich habe die lange nicht mehr geguckt. Lange nicht mehr. Ist, glaube ich, ein paar Jahre her, dass ich die nicht mehr gesehen habe. Vielleicht muss ich da hoch, hm? Wir waren auf jeden Fall hier schon mal. Das weiß ich. Wir waren schon mal hier. Scheiße, warte. Geil. Ich habe Schwerter. Die Feuer haben. Ah. Oh, ich bin tot. Das gibt es doch nicht. Leck mich doch am Arsch, ey. Aber es war nicht verkehrt, die Waffe zu haben. Wir sollten die Schrot noch mitnehmen. Ich glaube, die Schrot ist gegen die Statuen gut. Müsste sie eigentlich sein. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen sie nicht mehr, oder was? Das wäre jetzt die Verarschung des Jahrtausends gewesen. Echt. Aber ich wusste, dass sie irgendwann lebendig werden. Das war irgendwie offensichtlich. Irgendwann musste das passieren. Und sie haben, wie gesagt, dieselbe Kampftechnik wie zum Beispiel Frankensteins Monster. Genau dieselbe Technik. Ja, der eine hier, der fällt gleich oben. Ja, genau. Der Randale-Bruder hier vorne. Ja, ich hatte ja schon Els Wettbewerb angesprochen. Ich habe ja auch schon meinen Beitrag geleistet zu seinem Wettbewerb. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Was ist das mit einem gut platzierten... Ah, die Armbrust. Die Armbrust mit der Verbesserung. Hallo? Die Frage ist, von wo? Also so kriege ich sie anscheinend nicht auf. Vielleicht so? Mein Gott. Geh ich nicht hin. Komisch. Da war noch eine Glüfe übrigens. Äh? Bin ich jetzt blöd? Das war eine rhetorische Frage. Na? Vor allem, von welcher Seite muss ich das öffnen? Das Zeichen zeigt ja da hin. Ja, dann müsste ich mich auf den Felsen stellen, theoretisch. Beziehungsweise auf den Stein hier und dann drauf ballern. Wenn er dann mal da hingucken würde. Problem ist halt nur, die Waffe lädt sich nicht auf. Opfer ich jetzt echt das letzte Waffending, damit sich das Teil... ...verstören lässt. Wofür? Für eine Schiedlüfe, richtig? Tatsache, ich glaube es nicht. Ach, Mensch von Helsing. Stimmt, das war für mich schon in den letzten Sessions der Schwierigkeit da hochzukommen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und wenn es Jahre dauert, dann dauert es halt Jahre. Ja, und das 2500 Special muss ich auch noch aufnehmen. Da muss ich nochmal gucken, was ich dafür nehme. Also Command & Conquer fällt erstmal weg, weil... Weil, äh, ich hab das ja schon für das... Oh, Mann! Für den Wettbewerb genutzt. Geh da hoch, Alter! Meine Güte, krieg deinen fetten Arsch mal da hoch! Mann! Alter! Diesmal kann ich nicht der Sicht schuldgeben, ich seh ja was. Endlich! Ja, toll! Das ist so scheiße geregelt, echt! Mann! Das ist bei Herr der Ringe zum Beispiel viel, viel besser gemacht worden. Viel besser. Kannst du einfach über eine Statue problemlos rübergehen? Kein Thema. Aber hier ist das echt für den Arsch. So, jetzt. Hat ja nur 1000 Jahre gedauert. Na, gucken wir jetzt wieder die Mädels oder was? Nee. Die Kiddies von Dracula. Ja, wie du? Es gibt nicht nur 50 Jahre gedauert. Ja, wie ich bin. Gäst du im Papa? Ja. Vielen Dank.